Schneeflöckchen, Weißröckchen, man kommst du eng schneid. Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich am Fenster, du lieblicher Stern. Weißblumen und Blätter, wir haben dich gern. Komm, Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm noch zu uns ins Tal. Wir bauen ein Schneewand und werfen den Ball. Super. 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 Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen von Anna Ritter. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde das Mützchen voll Schnee mit rot gefrorenem Nichtschen. Seine kleinen Hände taten ihm weh, denn es trug einen Sack, der war gar schwer. Ja, er schleppte und peuterte hinter ihm her. Was drin war, wollt ihr wissen? Ihr Nase weiß, ihr Schelmpack. Denkt ihr, er wäre offen? Der Sack zugebunden war er bis oben drin. Doch es war gewiss, was Schönes drin. Es roch nach Äpfeln und Nüssen. Komm, wir schauen in das Licht. Das hell leuchtet und verspricht. Gottes Kind wird Freundschaft bringen. Gottes Kind wird Hoffnung bringen. Lasst uns freuen. Lasst uns singen. Wenn die erste Kerze brennt, ja, dann ist Advent. Komm, wir schauen in das Licht. Das hell leuchtet und verspricht. Gottes Kind wird Freundschaft bringen. Lasst uns freuen. Lasst uns singen. Wenn die zweite Kerze brennt, ja, dann ist Advent. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Niklaus Abend da. Bald ist Niklaus Abend da. Dann stelle ich den Teller aus. Niklaus liegt gewiss was drauf. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Niklaus Abend da. Komm. Komm. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde. Sein Mützchen voll Schnee mit gefrorenem Näschen. Seine kleine Hände taten ihm weh. Denn es trug einen Sack, der war gar schwer. Es schleppte und polterte hinter ihm her. Was drin war, wollt ihr wissen? Ihr Naseweiß, ihr Schelmenpaar. Glaubt ihr vielleicht, er wäre offen der Sack? Zugebunden bis oben hin. War aber gewiss was Schönes drin. Es roch nach Äpfeln und Nüssen. Dann ignoring alles. Ja. Ja. Aber wie ist es? Oh. Ich bin Lars 650. Von Ohne fehlt. Da wurde gemacht. Ja. Du übergeißt du irgendwas. Es tut entspannt.